So, wir sind heute ganz assi, wir essen heute vom Fernseher, oder ich esse vom Fernseher und der Potzi, oh, der macht das auch so gern. Das sind Eiernudeln. Ja, Potzi. Mh, lecker, lecker. Ja. So, ich sag jetzt gar nichts für den Hund, da sind die Eiernudeln. Nicht weit weg. Und ich geh jetzt raus, jetzt zieh ich mir nämlich erstmal die Schuhe aus. Ich guck da jetzt mal blöd. So, jetzt passiert nicht viel. Ich hab doch echt einen braven Hund, oder? Jetzt guckt er nämlich, was ich mach. Du bist ja schon ein braver Hund, ne? Ja, du klaust ja nicht mein Essen, ne? Nein. Nicht brav bist du. Mh, lecker. Komm mal her, Potzi. Oh, wenn du brav warst, kriegst du auch was. Sehr gut.